Willkommen zurück. Wir sind hier immer noch unterwegs. Wir müssen diese Woche aus dieser Firma hier austreten. Die wollen einfach zu viel Geld von mir. Sehe ich nicht ein. Ich muss arbeiten und der sitzt da und reibt sich die Hände. Ganz toll. Ist ja wie im echten Leben. Weil ich sehe man kann auch direkt über das Ding jetzt hier Mods installieren. Ja, aber bei mir funktioniert es nicht. Er schreibt immer von wegen, dass er irgendwas nicht finden kann. Es sind aber auch nicht alle Mods drin. Ja, aber ich habe ja wirklich niemand davon, dass es kann. Elsterplatz. Ja, da kannst du doch wie gesagt noch ein bisschen Grafik einstellen. Ja, ich überlege jetzt, was ich ran hier. Weil ich bin ja eigentlich so einer, der gerne bei Spitze anfängt und dann langsam runter geht. Ja, bei Omzi kannst du es vergessen. Also nicht mal ich spiele auf Spitze. Aber auf Ultra spielst du nicht. Aber was spielst du? Ich glaube ich spiele auf Hoch. Ich teste es mal. Ich teste es mal. Sound? Oh, die liegt normal gut. Roseneck. Das kennen wir natürlich schon. Geplant ist es jetzt noch. Ich muss sagen, dass wir hier verkaufen sind. Guten Tag. Guten Tag. Mann, jetzt wird die Ampel wieder rot, ey. Ich vermisse dieses Future. Mal gucken. Musst du mal in der Enkel mal schreiben. Busfahrer können auch die Ampeln schalten. Hätte ich auch gerne. Hier in Omzi. Direkt schalten kann man sagen. Ja, aber schon so, dass du schon extrem lange an der Ampel wartest, weil der Bus nicht kommt. Sie werden beeinflusst, ja. Aber der Busfahrer schaltet die nicht direkt. Das macht das System vom Bussen automatisch. Ja, das könnte doch hier genauso funktionieren. Und nicht, wenn ich in der Haltestelle drin springe, die Ampel einfach so rot umspringt. Ich finde es geil, dass die Fahrerakte auch nicht gelöscht oder zurückgesetzt werden kann. Nee, die bleibt. Egal, was du machst, alles klar. Kommt schon. Ich habe schon Verspätungen. Aber im Profil steht schon mit der Karriere und über die Mündler die Karriere zurücksetzen. Also man kann es machen, aber die Akte, glaube ich, die bleibt. Ich habe es trotzdem, ne? Ja. Also ich teste das natürlich erstmal an Siegeberg. Das würde ich auch machen. So, und jetzt muss er das Lenkrad einfach irgendwo noch einspielen, ne? Ja. Viel Spaß. Du musst dir das praktisch vorstellen, wie bei dem Flugsimulator, wenn du da einen Joystick einstellen möchtest. Ja, aber das muss ich jetzt über Glees machen, ne? Über Omzi 2 direkt. Mach es jetzt über Omzi direkt, ja. Kann ich gleich nochmal rauslegen. Ich würde das sagen, weil die habe ich noch. Ja, einfach reinziehen und dann mich hier schneiden. Ich weiß nicht. Ich habe Schaden an Fahrzeug habe ich an, ja? Und auch mit KI-Fahrzeugen. Aber irgendwie hatte ich trotzdem Durchfall. Ich glaube, das haben die deaktiviert oder was. Hast du die Kollision angemacht? Ja, ja, ja. Ist an. Ich hatte hier, da gibt es nämlich, na gut, Schaden gibt es einmal. Also hier Konditionen, genau. Zwischen User-Fahrzeug und Terrain, User-Fahrzeug und Fußgänger und hier zwischen den KI-Fahrzeugen. Ach so. Moment. Hier ist es zwischen User-Fahrzeug und Terrain. Ja. User-Fahrzeug und Fußgänger. Ja. Und zwischen KI-Fahrzeugen. Ja, ja. So sind alle an. Das steht aber nicht zwischen User-Fahrzeug und KI-Fahrzeugen. Wahrscheinlich wissen die jetzt, der Verkehr einfach so scheiße fährt. Naja, ist es aber wirklich. Dass wir uns ständig unbegründete, unverunschuldige, weiß ich nicht, hättest. Ja, ja. Wirst du mal mitkriegen. Ganz toll. Ganz toll. Ich habe schon mal die angeklossene Hängabeln gegeben. Ja. Ich habe schon mal alle, die er kennt. Ja, rein. Alle anderen nehmen mal raus. So, da wird keiner mitfahren. Dann fahren wir weiter. Brauchen wir nicht anhalten. Ja. 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 Weil ich war hier bei einer Liste hier und Logitech die 25 Euro anzeigen. Ja, das ist das Vordefinierte. Okay. Ja. 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 Also ich muss wirklich sagen, ich finde das sind die jetzt hier einfach nur toll. Das macht wieder richtig Spaß auch mit mir zu spielen. Oh, da ist voll. Da ist mächtig voll. Wenn ich jetzt einstelle quasi und bei der Gasspedalachse von Hause aus, obwohl sie auf Müll steht und ich nicht rauftrete, 100% habe, muss ich sie invertieren. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also mit dem Lenkrad einstellen, das ist schon so lange her. Naja. Er zeigt uns, obwohl ich nicht rauftrete, hat 100% an. Deswegen. Ja, der muss sie inventieren, ja. Hallo. Hallo. Einmal normal. Fahrschein normal. Kriegste, junge Frau. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Einmal eine Kurzstrecke. Kurzstrecke. Wo bist du denn hier? Ja, du kommst wieder mit dem Zehner. Wirst du, Dickerchen hier? Ey. Jetzt hält mir noch irgendeine Slider an, aber eine Slider haben wir nicht. Oder wo ist zwei Aktion? Da ist ein Museum, die wir nicht. Passt nicht. Ja, das ist ein Museum. ja ja deswegen du hast hier richtig viele einstellungsmöglichkeiten was ich dir auf jeden fall empfehlen kann ist wenn du alles richtig eingestellt hast kannst du deine optionsdatei speichern wenn du mal ein windows neu installieren musst oder sowas kannst du diese datei einfach wieder benutzen damit du das nicht halt jedes mal unter meiner meinung nach auf der options hauptseite da kannst du irgendwie das speichern ja hier ja so hier gibt es eine buschkur und der rechts behinder links ist schon mal sehr wichtig dann haben wir unsere verspätung wieder rausgefahren aber jetzt wird es jetzt knallt bei wieder meine güte wir wollen hier mit fahren das dauert dann immer so lange das abfertigen aber das ist ein u-bahnhof klar dass es so lange dauert so hallo 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 guten tag tag guten tag brütz miteinander simulatortage in koblenz um 26 bis 27 8 2017 so wird doch grün meine gute und das müsste der x10 sein war so so ich Landwärtsstraße. Was hast du? Die war um die zwei direkt auf den Korriels direkt erst mal hier. Um überhaupt erst mal reinzukommen. Ja, sonst ist das auf jeden Fall. Ob die Steuerung auch erst mal so passiv gemacht habe. Guck mal, jetzt haben wir eine ganze Minute wieder gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Deet. Deet. So. Ach, ich finde um sie so toll. Wie gesagt, das ist in meinen Augen auch die beste Simulation, die es gibt. Eine merkt man ja auch, ne? 120 Spülstunden? Hm. Merkt man ja. Schafesstraße. Zum Ticketverkauf brauche ich die Maussteuerung, ne? Ja. Äh, ja. So wie bei dem Bus-Simulator. Das sind auf dem Boot. Naja, warum nicht sagen. Ich bin so überlegt nicht, was ich dort alles brauche. Weißt du, was ich nicht brauche, so anpassen. Also was hatte ich gemacht gehabt auf dem Lenkrad? Ähm. Auf jeden Fall, die Absträckautomatik hatte ich drin. Türen öffnen hatte ich drin. Äh, die Parkbremse hatte ich drin. Die Haltestellenbremse hatte ich drin. Hallo. Ähm. Klar, blinken und so. Ich habe jetzt auch blinken, Türen, äh, Blick auf den Kassiertisch habe ich mir gemacht. Naja, das habe ich immer über Tastatur gemacht. War jetzt nicht so. Ähm. Ja, Türfreigabe habe ich halt, ne? Mhm. Ja, klar. Ich verstehe da ganz gut, oder? Was hat ich doch drinne? Ähm. Stell dir aber das so ein, dass du deine Blinker mit der Doppelschaltung machst. Weil sonst kannst du immer nur in eine, äh, kannst du nur blinken, kriegst den Blinker aber nicht aus. Es gibt zwei Optionen bei dem Blinker. Er hätte das schon gesehen und irgendwann noch irgendwas. Oder da unten noch mal einer. Ich glaube einmal Blinker setzen rechts, Blinker setzen links. Hallo. Und dann gibt es nochmal Blinker rechts überaus. Genau, genau das. Das machst du gerade an. Das, das muss ich nehmen, ja. Überaus. Weil dann kannst du nämlich wieder erneut auf den Schalter drücken und dann macht den Blinker wieder aus. Weil sonst funktioniert das. Sonst geht es erst nach Lenkeinschlag. Okay. Okay. Wofürst du, ja. Ich muss schon mal erschienen. Ja, ja. Ich bin endlich lang und es tu mich klaut, dass du so viele Sachen machen kannst. Und wir werden nicht dampfend. Es braucht noch Zündorf. Ich habe die Haltestellen, Bremse und Türfreigabe einen aus. Ja. So, was soll ich sagen, die Folge ist schon wieder zu Ende, machen wir an der nächsten Haltestellen einen Cut und dann sollte man schon wieder fast fertig sein. Mach die Uhrstraße, der Letztrasse. Ui, ein bisschen zu schnell. Ist dann halt blöd, wenn es auch noch bergab geht. Hm, was ist dann so viel denn da? So viel Parkbrämmen. Wie ich die auch als Schalter für hin und zurück oder wie es, weil ich habe die aber Parkum besetzt, die Parkum zu lösen? Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe die Parkumse nie benutzt. Das war immer mit Mauswässer. Okay. Ich benutze halt auch relativ viel noch, die Tastatur und so. Omsika, okay. Hab ich auch noch nie gesehen. Ja. Eine Karte für eine Kurzstrecke bitte. Ach, du musst jetzt natürlich auch wieder ins Board fallen hier. So, Kurzstrecke, da hast du. Tschüss. Ihr Lieben, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder, wenn es weiter geht hier mit Omsi. Ich bedanke mich, sage Tschau Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tastatur. Nazis, Schnell. 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 Tschüss. Schnell.